Im heutigen Video soll es darum gehen, wie ihr ganz einfach bei kleinen Anzeigen euren Namen nennen könnt. Und zwar seht ihr jetzt einmal hier den Profilnamen bei mir, der ist How to Tutorials, wie beim YouTube-Kanal. Ich zeige euch, wie ihr den ändern könnt, aber auch euren richtigen Namen. Und zwar ist das ganz relativ einfach. Wir drücken oben rechts einmal auf die Einstellung. So, zack, dann kommen wir hier hin. Und dann können wir schon einmal auf Profilinformationen draufdrücken. Zack, dann kommen wir hier hin. Und hier können wir erstens unseren Profilnamen einmal ändern. Und bei Lieferadresse können wir hier auch unseren Namen ändern. Vornamen, Nachnamen können wir ganz einfach hier ändern. Und mehr müsst ihr gar nicht machen. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Wichtig, natürlich müssen die Anzeigen korrekt sein. Deswegen gebt euren richtigen Namen ein. Falls ihr ihn natürlich irgendwie falsch geschrieben habt, könnt ihr ihn hier natürlich dann auch berichtigen und ändern. Wie gesagt, wenn ich euch weiterhelfen konnte, sehr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Würde mich extrem freuen. Und dann würde ich sagen, das war es jetzt von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal.